Die haben sich sehr gut integriert. Ich glaube auch, dass wir als Mannschaft oder die Spieler, die da waren, auch alles dafür tun, dass sie die Neuen schnell integrieren. Das sind alles charakterlich super Jungs und es fehlt uns auch einfach, die Neuen zu integrieren. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und dass sie auch ihre Qualität zeigen können, um uns dann auch in dieser Saison weiterzuhelfen. Wir betonen es immer wieder, dass das natürlich ein frommer Wunsch ist, aber das Ziel Erste Liga, das ist absolut noch nicht in Sichtweise weiter.